hallo und herzlich willkommen ich bin heute wirft ihr nach ein ticket und heute habe ich das spiel dragonstorms fantasy viel spaß ok endlich ist es soweit und wir können loslegen warum sind die rot gut dann da ist noch etwas rotes und hier ist etwas rotes so so dann schauen wir mal das dauert ja ewig punkte wieder sind abholen 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 das macht spaß abholen 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 Ah, ein Cube. Oh, einmal darf ich es nutzen. Was ist das? Katzenmünze. Nöp. Geh noch mal drinnen. Also, ich darf dir noch mal drinnen. Ne Klufe. Hm. Als extrahieren. Wahlen. Was ist das drinnen? Was haben wir hier noch? Wahlen. 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 Shop. Jawohl. Da haben wir noch. Täglich. ok dann gehen jetzt die täglichen feste los tägliche quest geschichte los geht's ist noch nicht ganz fertig ok ich verstehe ich muss erst ob quest weiterspielen machen kann auch hier ist ja noch mehr rot mit also die kann schnell ziehen das war's Lüpfel und einer ist da und deck Schlüssel ok auffällig das reihtier und hier mal hier den den erscheint wie auf den Fisch umgestiegen schnell verbessern schnell verbessern ok das reihtier das reihtier das reihtier schau mal den shop nach haben wir fertig schau mal den lietier aufgaben Und los geht's für die ersten Aufgabe. Und los geht's für die ersten Aufgabe. Schnell ich verbessern? Ok mehr habe ich nicht. Wunschbrunnen wünscht dir was. 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 Das haben wir jetzt auch fertig. Ich gehe nochmal auf Gilde, auf Gildenaufgaben, 100, 100 Flegermäuse, boah. Das dauert jetzt ziemlich lange. Oh, ich bin gleich da. Bin da. Dann gehen wir wieder auf täglich. Oh, keine Aufgabe. Dann müssen wir da drin teilnehmen. P-Trank. Brinden. Brinden eins. Und abfahren. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Und wer tot. Und eben nicht so, aber... Woa, wo die Schmierer lag? Nein, 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 nein. Das ist schon! Hau die Homme! Ach, ich gehe immer wieder. Zwei Minuten. Und schwirrt auch. Oh, 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 oh. Einwohner Tatsumi. Und Niederdown. Eine Minute ist 20 noch. Und wieder down. Ach, nee. Über 45 Sekunden. Jetzt wird er aber nicht mehr sterben, oder? Wollen wir doch noch sterben? Ja, und die letzten 13 Sekunden noch andere Stunden. Jawohl. Geschafft. Sieg. Sieg wie auch schon? Keine Ahnung. Sieg. 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 Versuch. Wenigstens die Daily fertig. Wenigstens die Daily fertig. Das dann geht nicht mehr? Na dann, zur nächsten Daily. Schicht Dungeon? Nein. Arena zehnmal. Okay. Das geht ja ziemlich fix. 600, 700, 800. Bestätigen. Sieg. 600, 700. Ne, warte. Okay, ich bin vierkommessig millionenstark. Der ist 66.000. Noch zehnmal. Das ist Nummer drei. Nummer vier. Nummer fünf. Nummer sechs. Sieben. Neun. Okay. Aber aufhärtig. Dann, die nächste Quest. Kopf-Gate-Quest. 20 Stück. Oh, das dauert lange. Knochenhügel. Einmal Knochenhügel teilnehmen. Die nächste Dungeon. Oh, schon fertig. Oh, ich muss hier selber spielen. Oh, ich muss hier selber spielen. Ah, so. Das ist so eine Art Tower Defensive. Okay, okay. Ich verstehe. Oh, ich muss hier. Dann muss ich mal hier anschauen. So. ist das so eine Art Tower staff, so dass ich da laufen kann. Oh mein, Sie haben바 diagonal destiny für den Schlüssel, Next level. Das war's für heute. Das war's für heute. Ist er noch gestorben oder ich liege ihn noch bis hin? Okay. Es sind alle hier. Die Runde war gerade ein bisschen besser gewesen. Oh, nicht verbessern. Verbessern. Oh. 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 Sind noch welche unterwegs? Nee. Tower Defense! Ich mag ja so spiele Tower Defense, aber das ist für mich irgendwie kein richtiges Tower Defense. Ah! Baaaaaah! Oh, das war echt nicht gut. Oh, das war echt nicht gut. Na gut. Vier, vier, vier. Hey. hablig gerade noch teilweise. Und eine� die? Ja, wassit今日? Dieser ist seit? Feier, hier, einen Auftragsland. Die Runde ist für nicht so gut. Dann will ich den jetzt aufwärten. Der geht noch nicht, da brauche ich 51.000 für. Der geht noch nicht. Der geht noch nicht. Der geht noch nicht. Ne, 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 ne. Ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Jut ist es heftig. gut los 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 ganz lang ist danach ist er noch vorbei Ach, da ist noch einer! 4D Oh, auf 5! Und so, hier in der Ecke hin und machen alle Fähigkeiten bis auf diese. Ja, dann ist jetzt mal meine Position weg. Ja, ich finde, ich habe schon mal meine Position. Ja, ich finde, ich habe schon mal meine Position. Das war's für heute. Auto rein, zack. Nicht die ganze Zeit Auto, ja. Das Auto raus, verbessern, zack. Und wieder Auto. Ah, frei. Ich dachte, das dauert noch hier 16 Minuten. Puh, dauert trotzdem mal lang. Lang, lang, lang. Dann gehen wir nochmal auf tägliche Dailies. Das dauert auch so lange. Dann nehmen wir diese einmal. Schneller. Okay. Dann, dann, duidad hast werden. Dann, du willst, oder? Dann, du willst. Dann, du willst. Dann, du willst. Dann, du willst! Was ist der Sandkling? Okay. Verlende. Auch so wieder. 3 Sterne habe ich noch. Der kleine Drache. Hey, ich habe doch noch den gleichen Drachen. Also, ich kann mich den der gleiche Drachen verbringen. Moin den. 88, jemand noch? 87, 86, 85, 84, 81, 82, 81, 80, 79, 78, 76, 77, 75, 74, 71, 3 Sterne, 271, 81, Jawohl. Oh, oh, der erste Stern ist gleich weg. In 26 bin ich nicht. Das schaffe ich nicht. Aber 2 Sterne bestimmt. 1 Minute. Oh, nur ungefähr 1 Minute. Achso. 1 Leben. 1 700. Ein bisschen mehr, wie ich gerade feststelle. Aber... 1 Sterne. 3 Minute. Dann nur 1 Minute Zeit. 1 Minute, das ist besser. Locker schon. Ja, mal wenn ein Prinzip. Ein bisschen mehr. Dann bin ich halt auswendig voll. Oh, 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 jetzt bin ich dauernd. Oh, 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 oh. Es geht vielleicht doch ein bisschen länger draus. Aber zwei Stelle, wo komme ich denn? Einmal. Komm schon rein! Ach nee. Da ist mein Traum. Ja, okay. Und? 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 Ja, okay. Jawoll. SICK! Einmal gestorben. Aber egal. Gut. Dann gehe ich mal hier raus, rüber in die Tagesgewässer und sag mal, dann war es das für heute. Stimmt, war es das für heute. Okay. Gut. Es sind noch ein paar Quäste da, aber es wird mir wahrscheinlich zu lange dauern. Deswegen beenden wir das Ganze und sag Dankeschön für Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn wir doch nicht mal wer seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Em? Tschüss! Whoo!